Wir sind kurz vor der Pause. Schala, Andis Schala. Und dann diese Aktion, dieses Foulspiel von Schütze gegen Schmidt. Da müssen wir nochmal genau hinschauen. Max Burda aus Berlin gibt Strafstoß für den FC Carl Zeiss. Berührung ist da, kann man geben. Und der gefaulte Spieler, der ist 20-jährige Schmidt, übernimmt Verantwortung. Gegen Nagel, Schmidt gegen Nagel, Nagel ohne Chance. 1 zu 0 für Carl Zeiss Jena, dank dieses Elfmeters. 1 zu 0 Jena, das ist auch der Stand nach 45 Minuten. Und Achim Hollerith, der verbringt zwei Minuten erst einmal auf dem Rasen und geht da.